Musik Miranda! Hm? Kannst du dich an eine Zeit erinnern, bevor wir hier auf diese Insel kamen? Ja, wahrscheinlich nicht, denn du warst gerade mal drei Jahre alt. Doch, sicher, mein Herr, kann ich mich erinnern. Zwölf Jahre ist das her, Miranda, zwölf Jahre. Da war dein Vater der Herzog von Mailand und ein mächtiger Fürst. Bist du denn nicht mein Vater? Ich kann erholen, ich mich. Deine Mutter, die ein Muster der Tugend war, sagte mir, ich sei es gewesen. Ich, dein Vater also, war Herzog von Mailand. Und du, meine einzige Tochter, bist eine richtige Prinzessin von edler Geburt. So kuschel ich schön, wenn die Uhus klappt. Fleder, neuse durch die Lüfte, ja, jetzt. So kuschel ich schön, wenn die Uhus klappt. Fleder, neuse durch die Lüfte, ja, jetzt. So kuschel ich schön, wenn die Uhus klappt. Fleder, neuse durch die Lüfte, ja. Papa, ich verstehe was nicht. Papa, ich, ich will, warum hast du diesen Sturm gemacht? Papa, ich... Untertitelung des ZDF, 2020